Was ist besonders erfreulich bei unserer Arbeit? Besonders erfreulich bei unserer Arbeit war, dass wir 2013 wieder dieselben Menschen befragt haben wie in den beiden Erhebungsphasen zuvor. Das heißt, es ist wirklich kein einziger von unseren Befragten zwischendurch abgesprungen. Alle haben in den Erhebungsphasen mitgemacht und obwohl wir Trennungen hatten, einige von den Paaren leben heute nicht mehr zusammen und haben zum Teil neue Partner gefunden und diese Lebenssituation ja einerseits verändert war und manchmal auch schwierig war, haben auch diese Menschen weiterhin mitgemacht und wir durften sie wieder besuchen und befragen. Die Leute reden auch gerne darüber, was sie mit Medien machen und haben Spaß daran, das Thema zu reflektieren. Wir stellen fest, dass sie sich auch freuen, dass wir kommen. Sie haben nachgefragt, ob wir ein weiteres Mal kommen würden, nachdem wir die Interviews jetzt abgeschlossen haben und haben auch zugesagt, dass sie ein weiteres Mal teilnehmen würden und das freut natürlich wiederum uns.